Musik Da kommt man sich auch so verloren vor. Ja, es ist nicht ganz einfach. Man weiß es ganz genau. Und trotzdem ist man sofort so viel dazu, das bei uns zu sein. Ganz hilflos. Ja, es ist ja wohl schon gesagt worden. Und dann hätte es das nicht so oft getan, ne? Mhm. Ganz neues Gesicht hier im Flur, ne? Ja. Müssen Sie sich genau angucken. Wiss ich. Man kann nicht jedem trauen, ne? Nein. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Genau. Ja. So weit. Ich will Sie nicht stören bei der Arbeit. Dankeschön. In diesem Film sehen wir vor allem Dialogszenen mit Betroffenen, aber auch wie hier Rollenspiele. Diese Trainerin für integrative Validation oder IFA stellt einen dementen Mann dar, den sie so erlebt hat. die letzten zwei Jahrzehnte sind wie ausgelöscht. Deutlich wird, dass der Betreffende in seinem Tun in einer anderen Zeit lebt. Einer Zeit, die für ihn ganz real und gegenwärtig ist. Wie könnte man auf ihn validierend eingehen? Habe ich hingemacht. Habe ich hingemacht. Habe ich hingemacht. Sie sind ganz stolz auf Ihre Arbeit. Ja. 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 So. Da muss man ganz sorgfältig sein. Ganz. Ganz. Da sind Sie sehr gründlich. Da ist der Fachmann am Werk. Ja. Sie kennen sich aus im Geschäft. Da hat man sein Tun. Gelernt. So. So ist es. So ist es. Gelernt ist gelernt. Gelernt. Ich muss dann auch wieder an die Arbeit. Will Sie nicht länger stören? Mhm. Sind wir beide fleißig. Mhm. Ja.